So, herzlich willkommen zum fünften Let's Play von Kingdom Hearts. Wir sind immer noch auf der Suche nach Adonata und Profi. Die suchen uns nämlich auch nach Adonata und Profi. Die suchen uns nämlich auch nach Adonata und Profi. Hey Gott, das ist ziemlich fachig. Da kann ich jetzt nicht raufklettern. Ah, später ist das. Die hauen ja jedes Mal ab, wenn wir kommen. Beziehungsweise, wenn wir irgendwann neu betreten, tauchen sie erst auf. Ja. Habt ihr ja im vorigen Let's Play gesehen. Hier haben die Villarete mit Kniff, mit Feet, mit Zitter und Samen. Da kam die aus dem Hotel. Ja. Das ist sowieso immer das Problem. Der Anfang ist immer mit einem... Naja. Ja, wir sagen uns beim zweiten Teil. Oh. Der zweite ist zwar von Spielbarkeit auch richtig hammergeil. Aber der Anfang ist einfach nur, naja, nicht so schön. Enorm. Da sind die Löwe. Zwei, 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 zwei. Ja. Bei dir muss ich ein Leben nicht verknippeln. Ja, du bist nicht. Oder was, der Russen? Ja, genau. Kannst du auch höchst, was? Ich lässt einen Knüppel dabei erfahren lassen. Ja, der ist im Unterland. Da kommen wir später noch hin. Ja. 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 Die kommen immer wieder auf dich zu. So lange jetzt du das Schlüsselschwert schwingst. Das ist Leon. Ja. Aber warum? Warum holzt es dich ein? Hey. Was soll das heißen? ach, vergiss es pack mal das Schlüsselschwert her was? was kannst du dir abschminken? bitte ganz wie du willst ja, du willst mir deine Gunblade hier zeigen? du hast wohl vergessen, dass ich hier schon vorbereitet bin ein paar Karten habe ich mehr und tschüss keine keine Weg warte gleich bist du und mach gefallen wir wachen im Hotel wieder auf oh du lästlach Leon Juffi nee sehr viel glücklich er hat noch schlimm scheint ein schlimmer zu sein viel schlimmer ja in Ohnmacht gefahren obwohl ich den platt gemacht habe ja ja ah ja, Malefis und Carlo nee, da nicht Rico nee, Rico ich glaube im Schloss ist entfallen ist das ja 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 da kommt man später noch hin dann wird die letzte Welt ich glaube die Welt, die niemals war ja wirklich Zora? Kyrie? ich glaube die ich glaube die da 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 das mal fest die seltslichen lila clown die können normales mit Und was ist nochmal der Hehl? Jofi und Spooky? Aaaaaaah! Jofi, Entschuldigung? Hat euch der König geschickt? Mekairas ist das. Oder? Keine. Ja, das ist mit die von Final 7. Komm, sonst haut ihr, wache auf! Oh, 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 oh! Alles okay? Ich glaube, die Kreaturen, die dich attacken, sind hinter dem Schlüsselschwert her. Eigentlich wollen sie dein Herz, weil du das Schmerz schwingst. Ich bin so froh, dass du... Kairi? Wen meinst du? Sieht aus aus. Jofi! Ich bin die ließe kleine Jofi. Jetzt hat es sich verändert. Ich denke, du hast es übergebracht, Squall. Das ist wohl ein bisschen übertrieben, Squall. Von 2.08 ist er. Ich bin Leon. Das Schlüsselschwert. Ja, wir mussten es wegnehmen, um diese Typen auszuwerfen. Es ist so, dass sie dich anrufen haben. Es war der einzige Weg, um dein Herz von mir zu verwehren. Es funktioniert aber nur für kurze Zeit. Es ist trotzdem schwer zu glauben, dass du von all den... in einer Knauser-Wirte bist. Naja... Wer arm dran ist, kann nicht wehlarig sein. Könnt ihr nicht mal klar kriegen? Was ist hier los? Okay. Du weißt, dass es neben einem auch viele andere Welten ist, oder? Ja. Ach, es ist doch ein Geheimnis sei. Das war es auch. Weil es zwischen ihnen keine Verbindungen gab. Bis hier Verbindungen. Bis jetzt. Als die Herzlosen auftauchen, hat sich alles verändert. Die Herzlosen? Die dich angegriffen haben. Weißt du noch? Die, die kein Herz haben. Dunkelheit im Herzen der Menschen. Das zieht sie an. Und es steckt Dunkelheit in jedem Herzen. Hey, hast du mal von dem Typen namens Ansem gehört? Ja, der will die Ansem. Ansem? Ansem? Er hat die Herzlosen erforscht. Und er hat alles genau in einem Bericht aufgeschrieben. Oh, das können wir mal sehen. Die Seiten sind überall verspreint. Verspreint? Über viele verschiedene Welten. Oh. Dann sucht der König vielleicht danach. Nein, das habe ich auch. Wir müssen ihn schnell finden. Warte. Zuerst brauchen wir den Schlüssel. Genau. Das Schlüsselschwert. Das ist der Schlüssel. Ganz genau. Die Herzlosen Fürsten sind das Schlüsselschwert. Haben wir gesehen. Sie haben sich die Sache um die los zu reden. Deswegen sind sie auch wieder 12 Wintergewerden. Ich habe nicht darum gebeten. Das Schlüsselschwert, er will seinen Meister. Pech für dich. Tja, so sieht's aus. Wie ist das eigentlich passiert? Ich weiß noch, dass ich in meinem Zimmer war. Moment mal. Was ist denn da raus? Meine Insel. Riku. Kairi. Ja, ich will sagen. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist jetzt dieses leere Haus, ist das. Wo er vorhin war. Hm? Nee, nee. Das sieht mir nach dem Hotel aus. Abgeschossen. Scheint verriegelt zu sein. Das ist ein gefährlicher noch. Geh nicht da raus. Und was muss man jetzt hier machen? Ich habe gehört, das Schlüsselschwert kann alles besser als nicht. Probier's aus, wenn du wieder eine Schastroh oder eine Tür findest. Ja, aber hier, äh, ja. Sag dir, wenn man eine Tür findet, ja. Schon klar, oder? Ja. Jetzt auf einmal, na klar. Elixier erhalten. Einer selten in den Teams. Früher oder später, während ich die Arztlosen finde, du solltest dich drauf vorbereiten. Mich vorbereiten? Ah ja, jetzt geht's um Merlin. Um dein Leben zu kämpfen. Bist du bereit? Ich bin bereit? Noch nicht. Jo, ich bin bereit. Hey, wir sollten zu Eris zurück übergehen. Jetzt, das war's. Sie sollten inzwischen mit den anderen Besuchern da sein. Leon! Yuffi, klapper, klapper! Yuffi, los! Yuffi, los! Jilze! Kommen Sie nicht um die kleinen Fische. Oh, doch! Kommen Sie in den Anführungen. Oh, doch! Wir hatten mich um die kleinen Fische kümmert. Ja, die lassen das Geld. Gehen wir. Die lassen doch nicht das Geld hier rumliegen. Bist du noch ganz, äh, bist du noch ganz bei Sinn, Leon? Ne, Leon! Ne, oder in der Truhe? Ne, ist nur das Schild. Ne, sieht nur aus. Also, aussieht wie Bernd das Brot. Sieht das Schild aus. Wie, wie, wie! Ja, sieht so aus. Ja! Und ich denke mal, der besagte Anführer ist der Panzerrestort, den Leon meint. Oder? Hier ist ne Truhe. Eine Potion. Jo, die waren später wieder verkaufen. Bei soviel Potion werden wir sicher nicht brauchen. Daher kommen wir nur mit der Triotech ran. Traverse Nord. Ich muss mir denken, war es im Gitter oder da? Waren wir jetzt ohnehin mehr sicher. Gibt es noch mehr anlegen, gibt es jetzt? So, da kriegen wir den Feuerzauber und dann... Und hier kommt dann später der Gegner. Eine Glocke bei der Villa mit Cliffs wird es eingegeben. Ja, das ist die Leiter, wo die Feuerbacke war. Jetzt kommen wir durch den... ...Rubin-Schwetter. Da weiß ich noch nicht mehr. Da weiß ich noch nicht mehr. Jetzt kommen wir durch den... Wahrscheinlich von dieser Klappe. Die Klappe, die hier. Ja. Die Schattenhause haben ja Lucid-Schwetter fallen lassen. Ja. Ne, wir pauscheln. Doch, wenn wir da haben wir pauscheln fallen lassen. Ja. Ja. Aber wenn ich mich rechts entzünde... ...muss man für später nochmal hier rauf. Nochmal da. Ja. Da ist der Panzerrüster, aber wir fliegen kein so mehr dabei. Rüster-Panzer. Das heißt er dann. Ja. Das ist nämlich das Oberteil oben und das Unterteil unten irgendwie. Andersrum. Das Oberteil ist unten, das Oberteil ist oben. Äh. Das Oberteil ist unten, das Unterteil ist oben. So, da ist es richtig. Ja. Bei dem größten Panzer. Ja, hier sind wir richtig. Klap. Klap. Klapp. Das sind wir? Ja. Die Bomben sind wir. Wir müssen los. Hau. 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 Ja, die Schlüssel gefunden. Ja, das ist ja jetzt. Wirklich? Der Schlüssel. Au. Wunderbar. Ja! Voll die Mauer. Soll das hier einfach eine Arena sein? Soll das nicht sein? Ja, die Nachbarn haben wir ja schon wieder. Ja. Und Down ist gleich wieder ein Level gekriegt. Ja. Mal gucken, ob die wirklich steigen. Ja, klar, 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 klar. Man muss alle Teile von dem Platt machen. Stück für Stück. Das ist eine Krise hochstieg, das Ding an. Ja. Und Down nicht ausrasten. Und dann auch auskomberegen lassen. Letzterer regnen, wenn ich noch was zu tun. Und dann... ...tüß aus. Genau, zack, zack, zack. Die da hat er natürlich meistens... ...de legt die KT-Wei. Ja. 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 Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ja, klar. Ja. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Wir haben Glück gehabt, dass die nicht da unten lagen, sonst hätten sie in der Kopfschmerzen... Ja, auch wenn man ziemlich stark ist, ja, das war das für mich. Oh, jetzt ist es nicht mehr wert. Ja. Nari-Tier-Reif erhalten. Also, ihr schaust mich? Sie haben mir das gesucht. Sie haben auch den Wielder des Kiblus. Sie haben auch den gesucht, der die Macht über den Schlüssel. Hey, warum kannst du da nicht mit? Wir können mit unserem Schiff zu anderen Welten fliegen. Vielleicht können wir ja so Riko und Kairi finden. Natürlich! Bist du sicher? Wer weiß. Warum finden wir seine eigenen Ziele? Sora, geh mit ihnen. Vor allem, wenn du deine Freunde finden willst. Ja, verstehe. Ja, verstehe. Aber so wie du aussiehst, nehmen wir dich nicht mit, Verstand? Nein, schau mal! Nein, schau mal zählen. Kein Frau in die Gesicht, okay? Na, du wirst dich auch sicher wie dir aus. Ja, schicke schon. Unser Schiff wird nur, wenn wir lä-e-e-schellen. Ja, jetzt sieht das wie cool aus. Und er merkt, dass das nicht wirklich gestützt. Das ist ja nicht lustig. Gut, warum nicht? Ich komme mit euch. Ich bin Sora. Keine Falle, alle für ein. Die drei Muskeltiere. Sind ja mehr oder weniger raus heute. Ja, das sind die Triotechs. Ha, ein kleiner Skirt. Wer hat das gedacht? Sachi ist die Macht der Königin. Die Kindheit ist nicht so schwer. Warum nicht wir ihn nicht so schwer werden? Ah, 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 ah! Das wird alles verletzen, Skirt. Da sind keine Königin. Ah, ohi, ohi. Und dann kommt er. Ja, und Carlo kommt auch. Das Schlüsselschwert hat ihn aus. Wird er die Dunkelheit besiegen? Oder wird die Dunkelheit ihn verschlingen? Ja, aber das könnte durchaus nützlich sein. Meinten die, die nicht gut auf die bevorstehende Reise kommen. Wir wissen nicht, wie weit sich die ersten Unen ausgebreitet haben. Sehr weit. Sieh dir mal die Läden an. Da kann man nette Sachen kaufen. Das ist von uns alle. 500 Taler. Verwende es, wie es dir beliebt. Dies ist von Leon. Ein Elixier. Viel Glück. Ich hoffe, du findest deine Freunde. Pass gut aufeinander auf. Lass den Mut nicht sinken. Der Kubitsch steht draußen vor dem Tor. Und jetzt kannst du dir auch öffnen. Beim Speicherpunkt kann man auch in den Gummijet-Jet einsteigen. Einfach den Speichermenü aufrufen. Und Gummijet wählen. Aber man kann den Gummijet nicht von allen Speicherpunkten besteigen. Ja, aber die Welt muss auch durch sein. Ja, was? Das ist unser Schiff. Warte. Bis du es siehst. Warte, Quart. Zora, das ist für dich. Die Kraft der Hitze. Puh. Das Kommando Magie führt Magie aus. Über Einstellung der Menü können zur schnellen Ausführung von Magie Kombitasten festgelegt werden. Magie verbraucht MP. Äther oder auch Angriffe auf den Gegner können die MP heilen. Jetzt kannst du auch Magie verwenden. Ruf ihn, gib ihm das andere Zeug. Was? Du weißt schon. Oh, ja. Ja. Die Ability Potzebau. Durch Ausrüsten mit Abilities erhalten Zora und seine Freunde neue Fähigkeiten. Einige von ihnen müssen mit Viereck ausgeführt werden. Andere sind bei ihrer Ausrüstung schon aktiviert. Unter Ability im Menü können die Charaktere mit Abilities ausgerüstet werden. Zum Ausrüsten braucht man eine AP. Mit diesen Abilities kannst du alles mögliche machen. Ich schätze, wir seien uns unterwegs mehr von diesen eignen. Okay, war's das? Lass uns gehen. Erst wenn wir fertig sind. Auf sie. Ich sehe große Abenteuer auf sie zukommen. Als Chronist werde ich alles in meinem Tagbuch niederschreiben. Naja, Monstrum ist mir ja auch noch hin. Alles haben wir noch nicht, deswegen können wir diese Sachen noch nicht machen. Ja. Aber von Zid kriegen wir gleich noch einen Gummistein geschenkt. Nein. Einfach mal bei ihm reinglatzen. Ja, Clutoyasora gefunden. Ja, in der Triothek haben wir noch nicht. Nee, die kriegen wir auch erst in den offenen Abenteuern. Rüste erstmal die Ability Potzebau aus. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Aber das ging ja letztens so weiter. Ja. Wo ich ja auf Versehen ins Menü geraten bin. Abilities. Combo Plus kann auf jeden Fall erstmal ran. Und Potzebaum. Ja. Bei jeweils 1 AP. Ja. Die Benen haben auch schon mal. Ent... Heilung wird bestimmt. AP hast... Und äh... Spirit für die Rente. Nee, können wir können nur 1 wählen. Ja. MP... Ich würd sagen, erst mal MP hast. Ja. Berserker... Steiger hat in aussichtslosen Situationen vor allem die physische Angriffskraft. Ja. Sprunghaft. Guffi Rakete. Jackpot. Der auf jeden Fall. Ja. Tackle Charmeur auch. Eben haben wir noch über. Also die Rakete können wir nehmen oder Tackle. Der verbaut einen. Und die Rakete auch einen. Haben mit dem Tit das hier bewusstlos. Spezialangriff. MP verbrauch einer. Und Guffi Rakete. Fliegt auf das Ziel zu. Und schlägt Bombick ein. Ich mach erstmal die Tackle. Ja. Kennt man ja. Mit Tackle fängt man immer an. Ha ha ha. Der Pokémon spielt der weißes. Ja und grob wieder kommen die Triotexeln später. Ich glaub nicht mal die. So dann würde ich erstmal sagen, dass wir uns dann erstmal verabschieden. Von diesem Video. Und im nächsten Video. Geben wir es mit den Gummischer jetzt. So. Bis später. Ciao.